Herzlich willkommen zu meiner Q&A-Stunde. Mein Name ist Wolfgang Renzl. Ihr kennt mich noch nicht. Ich hatte noch nicht die Ehre, für euch zu unterrichten oder für euch tätig zu sein. Ich freue mich aber, dass ihr zuschaut. Ich hoffe, dass ein bisschen was Interessantes für euch dabei ist. Ich habe eingeladen Anfang des Monats, dass ihr Fragen an mich richtet. Es sind jetzt keine Fragen gekommen. Deswegen werde ich mal hier versuchen, euch ein bisschen abzuholen und euch aufzuzeigen, was ihr so mit mir anfangen könnt und vielleicht dann eben im nächsten Monat, dass ihr dann schon mit euren Fragen auf mich zukommt. Es ist nicht in meinem Sinne, dass ich da jetzt nur Frontalunterricht gebe und euch ein Wissen präsentiere, sondern es würde mich natürlich interessieren, was ihr auch wissen wollt und wo euch gerade der Schuh zwickt, wenn ihr vielleicht irgendwo eine Erklärung braucht. Also bitte, hier die Einladung ganz konkret. Stellt mir eure Fragen, auch fürs nächsten Monat. Ich werde am Ende des Monats wieder darauf zurückkommen. Zu meiner Person ganz kurz, nachdem man mich noch nicht kennt. Wolfgang Enzlin, wie gesagt, ich bin Rechtsanwalt, habe hier mit meinen besten Freunden eine Kanzlei und habe meine Schwerpunkte im Bereich des Urheber- und Medienrechts. Ich habe mal angefangen in einer Zeit noch, als vor allem der Print-Medien-Bereich sehr groß war. Da habe ich zu gelernt und habe mich vor allem mit dem Thema der Kommunikationsfreiheit sehr auseinandergesetzt und vor allem damals versucht, das Ganze auch in eine gewisse Struktur zu bringen. Und die Struktur würde ich euch gerne hier näher bringen. Jetzt einmal mit einer kleinen Einführung in die Kommunikationsfreiheit und die Grundlagen. Natürlich ist sozusagen das Internetrecht der Überbegriff hier für diesen Kurs. Aber ich denke, dass eben gerade die Möglichkeiten, sich auszudrücken, im Internet extrem wichtig sind und dass man hier die Grundregeln schon beherrschen sollte. Das gilt im Übrigen meines Erachtens ja für alle Bürger und alle Erdenbewohner, dass man sich diese Grundregeln in der Kommunikation einmal wieder ein bisschen vor Augen führt, weil es in unserer Kinder, in unserer Erziehung ja kaum Regeln gegeben hat zur Kommunikation. Das war damals auch nicht so problematisch, weil wir natürlich nicht alle über Social Media kommuniziert haben und nicht für die Ewigkeit kommuniziert haben. Nicht alles ewig abspeicherbar war, sondern man hat ein Wort gesprochen, es ist in die Welt getreten und war dann auch schon wieder weg. Jetzt ist das alles ein bisschen nachhaltiger und verursacht dadurch auch große Probleme, wenn man eben die Regeln nicht einhält und dann eben von Betroffenen rechtlich belangt wird dafür. Was waren das für Regeln früher zur Kommunikation, die man gelernt hat? Zum Beispiel, du darfst nicht lügen, was ich mir erinnern kann. Als Kind hört man das wahrscheinlich. In Wirklichkeit erlebt man die ganzen Erwachsenen Lügen tagtäglich. Ich glaube, es gibt Studien bis zu 200 Mal am Tag und es passiert auch nichts. Aber das Lügen als menschliches Handwerkszeug ist also in der Kommunikation weit verbreitet. Aber man soll nicht lügen. Das hört man als Kind. Wahrscheinlich hört man vielleicht auch manchmal ein Red nicht schlecht über jemanden hinterrücks. Das wäre also eine Kommunikationsregel, die auch wiederum selten oder relativ schnell und relativ oft dann gebrochen wurde. Sonst Kommunikationsregeln. Ich lade euch ein, da mitzumachen. Was wären noch Kommunikationsregeln? Die Beschränkungen der Kommunikation, Versuche der Kanalisierung der Kommunikation durch Moral, Recht, durch die Religion wahrscheinlich. Natürlich gab es auch einige Kommunikationsregeln, wie zum Beispiel, man soll nicht das Kreuz ehren oder die, ich weiß nicht, religiöse, den Hut, ich weiß nicht, ob man auch den Hut abnimmt, wenn man in die Kirche geht. Das sind alles so Zeichen und Formen der Kommunikation letztendlich. Ja, darüber möchte ich aber nicht im Detail reden, sondern einfach euch jetzt diese Regeln, die eigentlich dahinterstehen letztendlich und die auch gesetzlich verankert sind, euch auf dem Weg mitzugeben. Das ist übrigens der George Orwell, steht vor der BBC in England und ich habe da seinen berühmten Satz und ein Foto von ihm, also und seine Statue da eingefangen. Ein Foto von mir selbst, also hatte ich keine Probleme mit dem Urheberrecht und konnte auch auf die Urheberrechtsbezeichnung verzichten. Jetzt könnte ich anfangen, euch zu beschimpfen. So steht sie auch in meinem Titel. Ihr lieben Zuhörer, ich finde, ihr seid alle dumm. Das ist jetzt die Freiheit der Meinungsäußerung. Ich darf euch beschimpfen, weil ich habe Anspruch auf freie Meinungsäußerung. Gleich kleiner Disclaimer bitte, war nicht ernst gemeint. Das ist eine Bühnen- oder Scherzerklärung hier von meiner Seite, also zählt nicht, aber ich habe euch als dumm bezeichnet, weil ich der Meinung bin, dass ihr dumm seid. Das ist mein Anspruch auf freie Meinungsäußerung. So wird das heutzutage oft präsentiert und gelebt. Man kann sagen, was man will und sagt, ich habe doch meine freie Meinungsäußerung. Das ist im Artikel 10 Absatz 1 im RK so festgeschrieben und jeder muss das ertragen, was ich gerade so von mir gebe oder von mir kotze. Jedoch vergisst dieser jemand, dass es auch einen Artikel 2 im RK gibt, der nämlich besagt, dass die Ausübung dieser Freiheiten auch Pflichten und Verantwortung mit sich bringt. Das ist übrigens einer meiner wunderbarsten Gesetzespassagen, wirklich ganz, ganz ein wichtiger Gedanke. Wenn ich wo Partizip mitmache bei einer Grundfreiheit, dann habe ich nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten und eine Verantwortung. Das sollten sich manche Boulevardmedien in Österreich, Österreich unter Anführungszeichen, natürlich besonders noch einmal vor Augen führen. Es geht nicht nur darum, dass man frei Blödsinn verbreitet, sondern dass man auch Verantwortung übernimmt für das, was man kommuniziert. Und nur dann habe ich auch Freiheiten. Und deswegen, weil es eben Pflichten und Verantwortung mit sich bringt, kann der Gesetzgeber auch Einschränkungen vorsehen, wenn sie für den Schutz des guten Rufes oder der Rechte anderer unentbehrlich sind. Deswegen gibt es also Paragrafen, zum Beispiel in Paragrafen 111 StGB, da steht drinnen, ich darf über niemandem was Falsches behaupten, Tatsachen, falsche Tatsachen behaupten, im Wesentlichen üble Nachrede. In Paragraf 115 StGB steht drinnen, ich darf niemanden beleidigen, also grundlos beschimpfen. Das ist genau das, was ich vorher gemacht habe. Deswegen, es gibt das Grundrecht, es wirkt so zusammen, ich habe Anspruch auf meine freie Meinungsäußerung, aber es gibt dann die Einschränkung, eben Paragraf 115 StGB, der ist wunderbar vertragskonform. Ich darf euch eben, also konventionskonform meinte ich und verfassungskonform, ich darf euch eben nicht beschimpfen. Auschwitz hat es nie gegeben. Hier, jedermann hat Anspruch auf freie Meinungsäußerung. Und dann eben geht es weiter. Es gibt eben zum Schutz des guten Rufes und der Rechte anderer, jeder, der in Auschwitz umgekommen ist, all das Leid, das dort entstanden ist. Man hat hier als Opfer einen Anspruch darauf, dass es die Auschwitz-Lüge nicht mehr weitergibt in unserem Land und auch in Deutschland. Und deswegen ist auch diese freie Meinungsäußerung unterbunden. Natürlich ein heikles Terrain, aber das ist ganz klar eben für zum Schutz des guten Rufes oder der Rechte anderer, ist das eben unterbunden. Es gab auch jetzt aktuell übrigens eine Entscheidung mit der Landplage, wo Opfer denunziert wurden und das dann eben unter dem Deckmantel der freien Meinungsäußerung daherkommt. Das ist meine Meinung, aber es ist eben, hier gibt es einen guten Grund dafür, dass man diese Meinungen, diese falschen Meinungen nicht mehr publizieren kann. Was trifft hier interessanterweise immer aufeinander und was ist auch zugleich das Problem von Fake News? Wenn ich behaupte, dass Hitler nach wie vor lebt, wenn ich behaupte, dass Elvis Presley nach wie vor lebt, dann habe ich eine Meinung. Oder wenn ich behaupte zum Beispiel, dass Corona-Impfungen den Körper angreifen, dann habe ich eine Meinung. Die Meinung ist total frei und die Meinung geht ins Unendliche, weil ich kann hier, es gibt kein Korrektiv, nichts, was gegen meine Meinung drückt. Erst wenn ein Persönlichkeitsrecht betroffen ist von einer Person, dann ist die freie Meinung beschränkt, weil dann drückt was dagegen. Also wenn ich jetzt sage, ich weiß nicht, HC Strache nimmt Koks, wieder Vorsicht, Bühnen und Scherzerklärung, dann ist meine Meinung beschränkt eben durch das Persönlichkeitsrecht von HC Strache. Erst wenn es auf sozusagen einen Gegendruck trifft, ist meine Meinung beschränkt. Und das ist zugleich auch dieses Problem mit den Fake News, das wir jetzt haben, dass es eben kein Korrektiv gibt. Jeder kann sagen, was er will, solange er nicht in ein Persönlichkeitsrecht eingreift, solange er nicht verhetzt. Das sind dann sozusagen die Gruppenpersönlichkeitsrechte, wenn man so will. Aber es gibt, früher gab es das Korrektiv, dass natürlich ein Medium grundsätzlich danach getrachtet hat, glaubwürdig zu sein. Aber von diesem Zustand sind wir weit weg und somit kann jeder alles behaupten, solange er eben jemanden mit seinem Persönlichkeitsrecht verletzt. Was sind das jetzt für kommunikative Persönlichkeitsrechte, die da betroffen sein können? Das ist natürlich jetzt bei der Beschimpfung ganz klar, eure Ehre war das, die da betroffen war, eure Würde. Es gibt aber auch andere kommunikative Persönlichkeitsrechte, wie zum Beispiel Privatsphäre. Ob jemand abgetrieben hat, ob er krank ist oder nicht, das geht uns alles nichts an, weil das der Privat- und der Geheimsphäre des Menschen zugehört. Es gibt auch das Recht am eigenen Bild, dass nicht mein Bild in einem falschen Zusammenhang zum Beispiel gebracht wird. Recht am eigenen Namen, dass nicht jemand anderes sich als meine Person ausgibt. Brief- und Tagebuchschutz, das sind alles, ich darf nicht aus einem Brief zitieren, vor allem wenn es dann wieder das Recht auf Privat- und Geheimsphäre betrifft. Ich darf nicht falsch behaupten, dass ich der Autor eines Werkes bin, obwohl ich es gar nicht bin. Oder ich der Erfinder eines Patentes, obwohl es gar nicht von mir stammt. Ich kürze ein bisschen jetzt ab und komme zum Kernsatz, den ihr euch bitte merken müsst und den ihr mitnehmen sollt heute von dieser Q&A-Stunde. Oder eigentlich ist es eine Stunde Antworten auf Fragen, die ihr nicht gestellt habt. Tatsachen müssen wahr sein, Wertungen auf wahren Tatsachen beruhen und diese Wertungen dürfen nicht exzessiv sein. Das ist der Grundsatz der Kommunikation. Und warum das so ist und so und wie das im Detail ausschaut, das würde ich euch gerne das nächste Mal erklären, so es wieder eine Stunde wird ohne eure Fragen. Aber ich lade euch natürlich herzlich ein, Fragen zu stellen und wir können gerne hier weiter diskutieren. Schaut euch, wenn ihr euch vorbereiten wollt, fürs nächste Mal oder wenn ihr Fragen stellen wollt, vor allem zu diesem Punkt die Oberschlick-Entscheidung an. Da ging es um eine Verurteilung vom Herrn Oberschlick, weil er behauptet hat, dass Jörg Haider ein Trottel ist. Und arbeitet mit diesem Satz und arbeitet das bitte heraus. Und vielleicht kommt ihr drauf, was ich mit diesem Kernsatz, mit diesem Satz in a nutshell, was die Kommunikationsfreiheit ist, hier meine. Und ihr könnt dann gleich natürlich noch einmal zur Secret Maura auch gleich die Parallele ziehen, die ihr gerade auch einmal in ihrer Kommunikationsfreiheit jemanden Arschloch nennen durfte, der es sicher verdient hat. In diesem Sinne freue ich mich auf die nächste Q&A-Session und ich freue mich vor allem auf eure Queues. Danke. 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 Danke.